Ach, wieder da. Warum können gewisse Menschen einfach nicht klopfen? Und... Juhu! Die Asker-Brigade! Dark Elf mit V. Und einfach draufkloppen. Draufkloppen. Ähm... Darkness. Juhu! Darkness gegen Dark Elf! Asker-Brigaden! Mhm. It's fun! Ja, hoffentlich sterben sie bald. Ja. Ich überlege, dass die Typen im zweiten Dorf, in das man kommt, schon sind. Und man sie dort eigentlich mühelos besiegen sollte. Okay, andersherz ist es nach dem ersten... Nach dem ersten Dungeon. Also... Aber trotzdem. Trotzdem. Juhu! Juhu! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud 44. Jetzt habe ich drei Helden, die ich bis zum Schluss nicht mehr verliere. Die Laia nicht, weil ich die Szene, wo sie geht, einfach übersprungen habe. Und die anderen zwei bleiben mir sowieso erhalten, ob ich will oder nicht. Ich will nicht. Aber es war jetzt so gut. Piu. 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 Und einfach immer wieder dieselben Attacken benutzen. Jede Runde, keinerlei Strategie. Einfach nur machen, was den meisten Schaden macht. Und da die meisten Gegner sowieso kaum sichtbare Elementresistenzen haben, beziehungsweise man sich auf nichts verlassen kann, ist es besser, wenn man einfach immer das gleiche macht, von dem man weiß, was den meisten Schaden macht. kostet ja das meiste Mana, aber es killt die Gegner am schnellsten und das ist es mir wert. Juhu. und Hippie Asuka, der irgendwie drei Dunkelelfen darstellen sollte oder so. Ja, ganz toll. Ganz toll. Und ja. Okay, es wäre langweilig. Also habe ich zwei, vier, sieben Dunkelelfen besiegt. Was ist es mit diesen Dunkelelfen? Ähm, sind es irgendwie die die dunkle Brigade des dunklen Fürsten Galacticus? Ähm, oder so. Äh, ja. I'm talking bullshit. Weil, äh, dieses Spiel irgendwie mein Hirn ausschaltet. Glaube ich. und schon weiter und so fort. Ja. Dunkelelfen. Ja, you wanna combat? Ähm, was? Was zur Hölle? Was zur verdammten Hölle sollte das werden? Kann man das irgendeinem verraten? Darkness. Ah. Jetzt muss ich zweimal gegen diese Typen kämpfen, die jetzt irgendwie aus denen ich nicht vorbei teleportiert worden bin. Und sie bringen mir noch so kaum EP und so weiter und so fort. Ah. Toll. Ganz, 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 ganz toll. Ich frage mich auch, warum das bei manchen Tech-Skill heißt und bei manchen Sorcery, weil es sind ja alles sauber und keine aktuellen, keine tatsächlichen körperlichen Fähigkeiten. 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 Ah ja. Und eins tot. Und zwei tot. Äh, ja. einfach flat-out attack. Juhu. 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 Ah, jetzt. Juhu. Möchte sie was kaufen? Ah. Juhu. Ich heile dich. Ja, danke. Sehr nice. Speichern? Okay. Equipment. Wie viel hat er an? Verteidigung 100 irgendwas? 200 irgendwas? 200 irgendwas? Okay. Äh, ja. Äh, Count. Er kriegt einfach alles. Weil er muss heilen und er muss überleben. Ich pimpe einfach gnadenlos seine Verteidigung, bis er unkaputtbar ist. Pimpt my Count. Mind up. Eigentlich müsste ich verteilen dieses Mal. Obwohl, naja. Ja, wie lustig. Ja, irgendwann einmal werde ich einen Krampf in der Hand bekommen von dem ständigen Enter gedrückt. And again, and again, and again. Äh, äh... Defensive up. Äh... Mind up. Okay, ich bin pleite. Okay, ich bin pleite. Artikel zu gehen. Okay, jetzt habe ich wieder seitdem... Okay, warte. Item... Mind up. Zulus. Defensive up. Er braucht definitiv mehr Verteidigung. Er ist der Heiler, er muss überleben. Und so weiter und so fort. Jada jada jada. Ja, das ist lustig, lustig, lustig. Ja, obwohl... Ja, ein bisschen Verteidigung muss sein.